Es gibt Dinge, die muss man versichern. Zum Beispiel das Auto, denn ohne Kfz-Haftpflicht darfst du damit nicht vom Hof fahren. Anders ist das mit der Vollkasko. Die ist nicht Pflicht, macht aber bei Neuwagen oder teuren Autos Sinn, damit du im Falle eines Totalschadens kein finanzielles Desaster erlebst. Ja und mal Hand aufs Herz, jeder schließt doch eine Vollkasko ab, wenn es um ein neues Auto geht. Dich als Person musst du auch versichern, denn du musst in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sein. Eine Vollkasko gibt es für dich auch, ist aber nicht Pflicht. Erleidet dein Körper also einen Totalschaden durch Unfall oder Krankheit, trägst du das finanzielle Risiko, wie zum Beispiel im Falle der Berufsunfähigkeit. Als unabhängiger Versicherungsmakler kümmere ich mich natürlich um deine Kfz-Versicherung. Durch die Versicherungsanalyse, die wir im Termin gemeinsam durchgehen, erfährst du aber auch, wo für dich Einsparpotenziale sind und welche Versorgungslücken in den Bereichen der Gesundheits- und Altersvorsorge bestehen. Den Totalschaden kannst du dadurch zwar nicht verhindern, aber wenn er mal eintritt, geht es dir zumindest finanziell gut. Ein tolles neues Auto bekommst du hier im Outdoor Shellow. Die für dich richtig kalkulierte Versicherung bekommst du von mir. Und wenn du dich um dich selbst genauso gut kümmern willst, wie um dein neues Auto, dann bist du bei mir genau richtig. Ruf mich einfach an oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich auf dich. Dein Dirk Neuss.